Ich grüße euch Kinder so jetzt und heiße euch herzlich willkommen im Aztani-Council, das sich ganz prächtig entwickelt. Wir sind gerade dabei, uns mehrere Verbündete zu schaffen, nämlich hier drüben. In diesem Bereich haben außerdem Verbündete hier in orange und in rot, in hellblau, in diesem türkisfarben hier in braun. Das sind alles unsere Verbündeten, mit denen befinden wir uns in einer Föderation. Ein bisschen Stress macht uns hier das Spuxula Commonwealth tatsächlich. Und die Dis-Confederacy, ja, die, ich weiß nicht, die sind auch nicht so richtig unsere Freunde. Aber wir arbeiten daran. So, was haben wir denn hier? Ein Migrationsabkommen der... Ja, gut, es nehmen die scheinbar an, unsere Migrationsabkommen. Das haben wir gerade mit diesen beiden hier ausgemacht, dass sie migrieren dürfen in beide Richtungen. Und was haben wir hier? Ein inaktives Gebäude auf Sol Alap. Wie sieht es auch ganz schrecklich aus eigentlich? Und hier wird gerade noch gebaut. Wir haben noch genug Nahrung, haben aber gar nicht genug Leute, um hier alles zu besetzen im Prinzip. Das ist ja problematisch, mehr oder minder. Ja, kann ich jetzt nichts machen. Ist halt unbesetzt, ja. Scheiße. Und das Tykan Covenant und... Ach, guck mal, hier. Die haben hier gerade Frieden geschlossen. Ein Nicht-Angriffsversprechen. Haben die gerade abgeschlossen. Das finde ich sehr gut. Kann man das vielleicht auch mit denen irgendwie... Oder Wurmloch-Stationszugang austauschen wollen die noch nicht. So viel vertrauen die uns noch nicht. Wie es aussieht. Ich weiß gar nicht. Wir können scheinbar gar kein Nicht-Angriffsversprechen hier abgeben. Gegenüber anderen. Wir können zwar ihre Unabhängigkeit unterstützen, aber das war es auch schon. Hm. Keine Ahnung, was da los ist. Warum das nicht funktioniert. Ja, inzwischen warten wir halt, dass sich hier alles so ein bisschen entwickelt. Wir beobachten Kimita ab und zu mal so ein bisschen. Um zu sehen, wie sich hier die Grenzen verschieben. Und ja, überlegen, was wir im Prinzip als nächstes machen. Vielleicht sollte ich die Zeit einfach laufen lassen. Was wir als nächstes machen. Ob wir irgendwo noch hinspringen können, um da zum Beispiel was zu kolonisieren oder sowas. Ich denke ja beinahe nicht. Können wir irgendwo... Wir könnten in Wemold zum Beispiel eine Wurmlochstation bauen. Aber damit können wir auch nicht bis ganz nach da oben springen. Also das scheidet irgendwie aus. Was ist denn hier eigentlich mit denen? Mögen die uns? Die mögen uns, naja, so halb. Migrationsabkommen wollen die nicht. Dann bieten wir denen doch einfach mal auch ein kleines Handelsabkommen an. Wir geben euch, sagen wir, Mineralien. Das beeindruckt die erstmal gar nicht. Das beeindruckt die nachhaltig nicht. Wie sieht es denn aus? Braucht ihr eher Energie? Können wir euch Energie geben? Energie beeindruckt die auch überhaupt nicht. Dann vielleicht ein monatlicher Mineralientransfer eher. Ja, so viel will ich dem monatlich eigentlich gar nicht geben. Ja, wie viel geben wir dem monatlich? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht mehr als 30, würde ich sagen. Wo ist denn hier die Grenze zu 2? Vielleicht orientieren wir uns eher daran. Sagen dann, ja, gebt uns doch ein bisschen Energie einfach. So, dann machen wir es so. Bestätigen. Ressourcenspeicherer sind voll. Ja, unsere Energiespeicher natürlich. Was sonst? Und die nehmen das an. Finde ich gut. Und viel besser mit einem Migrationsabkommen. Na, da ist die Akzeptanz noch richtig tief im Keller. Konstruktion complete. Na gut. Auf Davi Alap. Dann wurde alles fertig gebaut. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen upgraden. Aber lohnt sich nicht. So, wir bekommen also plus 102 Energie inzwischen. Durch diverse Handelsabkommen und so weiter und so fort. Geben hier natürlich auch eine Menge aus. Da waren wir schon bei über 400 Mineralienproduktionen. Aber gut, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich meine, wir haben gut gefüllte Ressourcenspeicher. Die fühlen sich auch recht schnell wieder. Da müssen wir uns keinen Stress machen. Also, wie sieht es da aus? Das ist Spurzelat Commonwealth. Sind die irgendwie, die sind uns ebenwörtig. Wahrscheinlich genauso wie die Disconfrideracy. Ja, die sind uns auch ebenwörtig. Sind uns gegenüber unfreundlich. Ich weiß nicht, ob wir uns das gefallen lassen sollten. Andererseits, was sollen wir dagegen machen? Wir sind Pazifisten. Also, wie sieht es aus, kommen wir endlich ein bisschen dichter ran. Ansonsten ist hier alles Fernhus. Ich habe eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. Ansonsten ist hier alles einigermaßen im Status quo gefangen. Soweit, dass ich hier einfach mal ein bisschen beschleunigen werde. Damit hier irgendwann was passiert. Das ist jetzt so ein bisschen der Zeh-Mittel-Teil hier, wie es aussieht. Wir haben uns so weit in der Föderation gefestigt, dass niemand es wagt, uns anzugreifen. Die Raktakterele mit der Dabax-Hegemonie, ein was haben die, haben Frieden geschlossen. Oder gucken wir mal, wie sich das hier geändert hat. Ja, tatsächlich, die Dabax-Hegemonie hat den Krieg hier gewonnen. Wir haben hier ein ordentliches Stück rausgenommen. Also eigentlich nur dieses eine System hier. Aber das war damit ordentlich Raumgewinn für die Verbunden scheinbar. Ja, gut. Meinetwegen. Diesen Protektorat. Ich glaube, denen haben wir schon Unterstützung angeboten. Okay, also im Moment passiert nicht sonderlich viel. Und wir können im Moment auch nicht sonderlich viel machen, außer hier so ein bisschen auf unseren Händen zu sitzen. Wir können dann demnächst W-Moll noch kolonisieren. Ja, aber das war es dann auch schon. Liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir furchtbar langsam forschen. Nicht angriffsversprechen mit dem Carabner-Empire, also die Dabax-Hegemonie, die gerade verloren haben mit denen hier. Das ist ein Protektorat. Aha, hier gab es also Krieg zwischen denen mal. Interessant. Wir haben ja auch so ein kleines Protektorat hier. Die entwickeln sich auch ganz gut. Die werden wir da einfach irgendwann integrieren in unser Reich. Das ist dann nochmal ein guter... Ach, die haben hier einen Außenposten gebaut. Mit peteranischem Staub. Hm, da sehen wir eine an. Uncomplete. Und wir haben in Solalab. Haben wir fertig gebaut, wie es aussieht. Die haben noch drei Nahrungen. Das ist gut so. Die bekommen hier auch nochmal Nahrung dazu. Die bekommen auch eine Paradieskuppel. Ja, im Moment, was soll ich denn bauen? Die haben eigentlich alles. Wir könnten hier noch Mineralien abbauen irgendwie auf den Feldern. Aber ansonsten sind die durch. Die müssen ja erstmal das besetzen, was sie haben, würde ich vorschlagen. Warum macht ihr das eigentlich nicht clever, Leute? Man weiß es nicht. Oh, da läuft ein Handelsabkommen ab. Da müssen wir mal gucken. Nuvol hat eine neue Stufe erreicht. Finde ich gut. Mit dem Anathurian Empire. Oh, da müssen wir mal gucken. Die sind relativ wichtig für uns. Ja, das ist tatsächlich abgelaufen. So, ein Forschungsabkommen, Leute. Biete ich euch an, auf jeden Fall. Wir bekommen 20. Die bekommen dafür 44. Wurmlochstationszugang. Bieten wir euch auch einfach so an. Da sind wir nicht so aptisch-strategische Ressourcen. Alienhaustiere. Oh. Wir haben Alienhaustiere. Ich höre auch Alienhaustiere. Aber die geben die uns nicht einfach so. Schade. Ja gut, dann bestätigen wir das einfach so. Ist vollkommen in Ordnung. Ja, das Migrationsabkommen bleibt scheinbar so. So, und dann schauen wir nebenbei mal. Ja, nehmen sie gerne an. Sehr schön. Schauen wir hier einfach mal, wie sich das Vertrauen so entwickelt. Ja, langsam. Ja, schreibt das. Das finde ich ganz gut. So, und hier haben wir auf Davi Alap ein inaktives Gebäude. Ja. Ist halt so. Aber irgendwie, es passiert gerade trotzdem gar nichts. So ein bisschen Flaute. Da kann ich auch ruhig noch ein bisschen schneller hier vorgehen. Wir könnten jetzt natürlich ordentlich hier im Inneren kolonisieren und so weiter und so fort. Das könnten wir machen. Wir hätten hier noch Avakunea zum Beispiel, Shea hat Parsax und solche Sachen. Die könnten wir alle... So, der Raumhafen in Davi Arn. Hat endlich alles abgeschlossen, was abzuschließen war. Oh, warum bekommt ihr hier kein neues Ingenieurlabor? Nahrung haben die. Okay, gut. Raumhafen. Ich hätte gerne, dass ihr mir Schlachtschiffe baut. Eins, zwei, drei, drei, sechs. Sechs Schlachtschiffe der Siob-Klasse. Die sind mit Explosivwaffen und allem bestückt. Finde ich gut. Das macht Spaß. Da kommt Freude auf. Unterlichtgeschwindigkeit. Ja, oder halt Schildtreffer-Punkte. Das ist dann auch eine tolle Sache. Auf jeden Fall die Schlachtschiffe Siob-Klasse. Die sollen jetzt unsere Flotten verstärken. Nebenbei können wir mal gucken auf die Oberflächen hier, ob wir irgendwo noch was upgraden können. Ob wir da irgendwo noch was vergessen haben. Was tatsächlich von Belang ist. Was tatsächlich von Belang ist. Ach, die haben noch richtig viel in ihrer Bauliste zu stehen. Gut. So, inzwischen müssen wir uns auch ein bisschen um Sozialforschung wieder kümmern. Unsere Physikforschung hat da doch deutlich die Oberhand gewonnen. Dampfkraft, die primitive Alien-Zivilisation auf Vioram hat den Dampfantrieb erforscht. Dies hat ihre Gesellschaft in vielerlei Hinsicht revolutioniert. In ihren Städten sind bereits Fahrzeuge und Maschinen zu sehen, die mit dieser Technologie angetrieben werden. Hier und da sind auch die ersten Fabriken zu sehen. Diese Welt scheint kurz vor der Industrialisierung zu stehen. Wo wohnt ihr denn? In Klaer wohnt ihr? Okay, gut. Eine interessante Entwicklung in der Tat. Und ja, ich würde sagen, wir haben hier gerade echt nichts zu tun. Deswegen werden wir hier mehrere Welten einfach kolonisieren. Das ist der einzige Planet hier. Ja, Übersicht. Kolonisieren. Mit einem Schiff von Davi. Ja, oder nehmen wir da lieber... Ja, die wohnen hier. Die fühlen sich hier richtig wohl. Wohin, wohin? Hier hin? Natürlich auch. Ich gehe mal ganz kurz vor der Pause runter. Da bekommt ihr nämlich Energie und so ein Quatsch. So, außerdem wollen wir Parsax kolonisieren. Parsax gibt es auch nur. Einplaneten kolonisieren. Eine kontinentale Welt. Auch da fühlen sich die... Allerdings wohnen die Utka Vongo viel heimischer. Und wir bauen euch das hier auf so ein Nahrungsfeld. Da habt ihr wahrscheinlich am meisten von. So, Parsax, Sheat und Avakunea. Wollen wir natürlich auch kolonisieren. Ja, zum Glück haben wir die hier. Da können wir auf Iblen auch gleich mal... neue Schiffe in Auftrag geben. So, der Rest, das sind alles kolonisierte Planeten, beziehungsweise Systeme, wo wir da noch eine Zweitkolonisierung vornehmen könnten. Zum Beispiel in Chinik oder so gibt es noch eine relativ große Wüstenwelt sogar. In Kasu gibt es eine kleine kontinentale Welt noch. In Klaer noch eine kleine Tundra-Welt. Hier gibt es noch eine große Tundra-Welt in Mernatz tatsächlich. Ja, das können wir alles noch besiedeln irgendwie. Das soll jetzt hier erstmal so reichen. Raumhafen, Kolonieschiffe. Die sind xenophob. Warum seid ihr denn so xenophob, Leute? Was ist denn da los? So, Assani State und die SOM-Republican Systems haben sich ein Nicht-Angriffsversprechen geliefert. Und wir haben Forschung fertig. Jetzt wird es mal interessant hier. Kraftwerke, yeah! Das finde ich sehr gut. Quantenüberlagerung von Energiespuren, die simultan eingeladen... Was? Simultan, geladen und entladen werden können. Ja, finde ich gut. Planetare Schilde. Da können wir einen planetaren Schildgenerator bauen. Montagealgorithmen, Schildkondensatoren, Photon-Torpedos. Oh mein Gott! Photon-Torpedos. Ja, planetare Schilde. Also, falls mal wirklich irgendwie... Wenn es uns jemand angreifen sollte, wäre es natürlich super praktisch. Ich glaube, wir benehmen die auch mal. Die hat auch sonst noch niemand bei uns in der Föderation. Photon-Torpedos allerdings auch nicht. Ach, Proton, nicht Photon. Ach, lesen müssen wir können. Proton-Torpedos sind das. Und das steht ja hier. Diese Energietorpedos besteht aus dicht konzentrierten Protonen und können Deflektoren oder Schildsysteme gänzlich durchdringen. Finde ich gut. Reichweite 100 auf dem L-Slot. Ich glaube, unsere haben derzeit 120 auf dem L-Slot, die Panzertorpedos. Die hier dürften aber sehr viel mehr Schaden machen. Ja, planetare Schilde sind zwar eine coole Sache, aber brauchen wir die jetzt unbedingt? Vielleicht schon irgendwann. 52 Monate, 67 Monate. Also Proton-Torpedos wären auch richtig nice. Aber was soll's, wir nehmen planetare Schilde. Einfach, weil es selten ist. So, Edge. So, und dann schauen wir mal nebenbei hier. Wie sieht es euch aus? Mögt ihr uns schon? Vassalisierung verlangen. Also können die leider immer noch nicht in eine Föderation einladen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, warum nicht. Wir gucken mal, auf Davy Arn wurde der Bau aller Gebäude abgeschlossen. Ihr habt Nahrung. Und ihr könnt, achso, in der Tülle schweben. Was mag ich denn hier? Wir können natürlich überall unsere Kraftwerke jetzt abwägen. Ganz klarer Fall, das dürfte uns 3 Millionen Energie geben. Brauchen wir vielleicht auch. Wenn wir jetzt unsere Flotten ausbauen. Achso, das ist jetzt plötzlich rot. Das ist ein bisschen verwirrend. Keine Ahnung, warum das auf einmal rot ist. Das ist Stufe 4, Betharien-Kraftwerk. Aber so ist das jetzt. So, hier hatten wir schon geupgradet. Warum habt ihr hier ein normales Kraftwerk? Wir haben doch noch Betharien-Stein übrig, oder? Ja, ja, 2. Dann baut man doch hier mal ein Betharien-Kraftwerk in stattdessen. Das hier könnt ihr auch durch ein Betharien-Kraftwerk ersetzen. Ja, wir sollten den Rest den upgraden erst mal. So, dann stellen wir hier Unmengen von Energie her. Ich lasse mir jetzt halt im Hintergrund weiterlaufen. Achso, ihr baut noch auf Mark-Up. Okay, gut. Was ist hier los? Democratic Titan Covenant. Hat das Semmerpug-Souverain. Sind die hier? Oh nein. Unser Handels-Account mit der VAC Auras Interplanetary Union ist abgelaufen. No. Wie seid ihr denn? O, V, O, da. So, tatsächlich. Wir waren auch ihre einzigen Handelspartner, scheinbar. Dann machen wir euch mal ein neues Angebot. Ach was, sind die uns so überlegen? Vierundvierzig. Tatsächlich. Wir könnten euch dafür Teldakristalle geben oder Terraforming-Zeug. Okay, also Terraforming-Gase, da reagieren die sehr positiv drauf. Teldakristalle auch. Wovon haben wir denn richtig viel? Terraforming-Flüssigkeiten, so. Wir geben euch einfach Terraforming-Flüssigkeiten dafür. Für 30 Jahre bekommt ihr zu einer Ressource Zugang und dafür gebt ihr uns noch Wurmloch-Station-Zugang, weil ihr so furchtbar nett seid. So können wir uns natürlich auch ein paar Mineralien geben, oder? Ja. Ja. Okay, gut. Okay. Okay. Obwohl, das bringt ja nichts, wenn wir die so schwächen. Dann machen wir es einfach so. Da haben die halt einen guten Deal bekommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und die nehmen das natürlich an. Nicht gut. Oh, instabiles Wetter. Größtenteils bedingt durch den abgebrochenen Terraforming-Prozess auf Ximpoc Prime herrscht auf dem Mond ein etwas instabiles Klima. Oftmals eignen sich ohne Vorwarnung starke Stürme, die unsere Klimamodelle nicht vorhersagen können. Einer dieser Stürme fegte kürzlich über eine größere Siedlung, was zu mehreren Toten und jeder Menge zerstörten Eigentums geführt hat. 1,2 Gebäude wurden zerstört? Bedauerlich. Sehr bedauerlich. So, guck mal auf Ximpoc, was da los ist. Die Ansicht wollte ich eigentlich. Produktionsfehler beschädigt. Das Symbol der Einigkeit. Alter, Leute, repariert es mal. Aber hurtig. Das Symbol der Einigkeit wurde beschädigt. Mein Gott, nein. Leute, so geht das nicht. Na gut. So, also die erklären sich ja gegenseitig zum Rivalen auf jeden Fall. Aber wie sieht's da aus hier mit unseren Schlachtschiffen? Achso, die haben noch nicht mal eins fertig gebaut. Ja. Schlachtschiffe bauen dauert offensichtlich etwas. Ach, wer seid ihr denn? So friedliche Libyatane. Ops, was ist jetzt los? Auf Sol Anadje. Ja, nicht genug Einwohner halt. Kann man nix machen. Oh, das Rav Empire. Hat sich hier ausgebreitet? Oder was haben die hier? Ich weiß gar nicht, die haben auf einmal hier so einen Einfluss. Ach, die haben sich vielleicht nach oben ausgebreitet. Irgendwann. Nee. Hä? Was habt ihr gemacht, Leute? Ah, Fossalin. Neue Stufe erreicht. Ich kann es gerade überhaupt nicht deuten, was sie hier gemacht haben. Auf jeden Fall hat sich ihre Form geändert. Und ich weiß nicht, warum. Haben die Sarah Moore abgegeben? Keine Ahnung. So, wie sieht's denn aus mit der Forschung? Dauert alles noch. Oh Gott, wir haben es fertig gebaut. Und wir haben Krieg. Die Disconferidation hat den Tychum Covenant. Das sind natürlich unsere Freunde. Na, was geben wir denen denn? Zehn Mineralien geben wir denen monatlich. Die sind uns ebenbürtig. In gute Beziehung zu uns. Und die sind uns auch ebenbürtig. Also das könnte ein interessanter Krieg werden. Der könnte tatsächlich interessant werden. Ähm. Hm. Interessant. Ähm. So, auf Maadetta Prime. Haben wir fertig gebaut. Und auch fertig ausgebaut, wie es aussieht. Also der Krieg, der interessiert uns tatsächlich, weil das direkt in unserer Nachbarschaft ist. Mit einem der beiden Völker haben wir freundliche Beziehungen. So, wie sieht es aus, habt ihr nicht Lust irgendwie, ich würde die super gerne in die Föderation einladen. Vielleicht kann ich das nur machen, während ich den Vorsitz habe, ich habe keine Ahnung. Also, Nuvatsche hat eine neue Stufe erreicht, finde ich gut. So, hier haben wir die Templar Republic. Äh, ziemlich isoliert, ne? Also das Gebiet haben wir jetzt hier tatsächlich abgekrennt. Haben wir ansonsten noch irgendwas erreicht? Sieht nicht so aus, ne? Nach Oseg können wir nicht vorstoßen irgendwie. Nach Cota kommen wir auch nicht rein. Und wir haben eine, äh, auf Avakonea eine Kolonie gebaut. Die gehört schon im Sektor. Deswegen können wir das jetzt nicht weiter beeinflussen. Und Krieg, äh, die Krapnacella Grand Duchi, oder Dachi, hat mit dem Ragtag Neck Empire. Warte mal, die sind hier oben irgendwo. Ich würde gerne rausholen. Danke, ähm. Hier sind die einen, und die Grand Duchi, Dachi ist, äh, hier drüben. Okay, gut. Also, die führen jetzt Krieg gegeneinander. Das sieht ein bisschen ungleich aus. Arbeitslosigkeit. No, unternehmt was. Äh, auf Markup Prime. Markup Prime, was baut ihr gerade noch? Achso, ihr baut hier die Hydro-Kultur-Farm aus. Und dann müsstet ihr eigentlich auch schon fertig sein. Und wo haben wir hier eine arbeitslose Bevölkerung? Finde die arbeitslose Bevölkerung. Ein Spiel für die ganze Familie und einen Arbeitsminister. Achso, hier. Ja, dann, äh, tausch doch einfach. Wo ist denn das Problem? Okay, aber vielleicht ist das auch, ähm, eine ganz gute Möglichkeit, hier nochmal ein Kraftwerk zu bauen. Zum Beispiel. Äh, was brauchen die ja noch? Die haben ein Wingsbums. Die haben eine Paradieskuppel. Die haben auch eine Grenzklinik. Eigentlich haben die alles, was sie brauchen. Wir könnten eben einen planetaren Schild in ferner Zukunft irgendwann bauen. Aber in der Zwischenzeit, achso, wie sieht es euch mit Nahrung aus? Schlecht, äh, schlecht, äh, dann hier abbrechen ganz kurz. Äh, brechen, ja, warte. Und wir müssen erstmal für mehr Nahrung sorgen. Das hat mir hier schon eine planetare Hauptstadt, äh, besser wird's nicht. Dann bauen wir euch hier eine Hydro-Kultur-Farm hin. Und welche Bevölkerung wächst hier am schnellsten? Ihr wisst am schnellsten, wie es aussieht. Ich hoffe, das reicht dann überhaupt mit der Nahrung. Oh Gott, oh Gott. Die sind verfressen, die Leute. Na gut. Macht nichts. So, unsere Mineralien, die waren ja ziemlich gebeutelt, nachdem wir Schlachtschiffe in Auftrag gegeben haben, erholen sich langsam wieder. Colony established. Okay, wir haben im Parsak-System eine Kolonie gebaut. Ein inaktives Gebäude haben wir in Dabi-Alaab. Da auf Dabi-Alaab. Viel mehr. Wir könnten jetzt tatsächlich, ach nee, da wächst noch Bevölkerung. Schade, ich dachte, wir können die Hydro-Kultur-Farm hier ausschalten. Was war denn das gerade für ein geiles Geräusch? Wo kam das her? Ich weiß es nicht. Aha, Energie. Ja gut, Energie, wir machen im Moment so viel davon. Wir sollten unsere Bergbaunetzwerke mal ausbauen bei Gelegenheit. Für heute war es das aber schon wieder, werte Kinder so jetzt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Vorschläge habt, wo wir uns hier ausbreiten, dann haut es mir immer in die Kommentare. Ansonsten ist mein Plan, mich nach hier hinten auszubreiten. Dann demnächst wirklich. Und ja, der Zusammenschluss hier könnte inzwischen sogar ganz gut funktionieren. Der Sektor-Zusammenschluss, da müssen wir mal gucken. Ja, das war es also für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Werte Kinder so jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder hier vorbeischaut. Und dass euch die Strömungen des Universums bis dahin gewogen sein würden. Macht es gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.